Musik Das Motiv, Jesus und Maria mit wenigen Heiligen eng beisammen, bezeichnet man als Sacra Conversazione. Es war im ausgehenden 15. Jahrhundert äußerst populär. Auffällig ist bei diesem Bild die großzügige Verwendung von Blau. In der christlichen Ikonografie symbolisiert Blau die Sphäre des Überirdischen, Göttlichen und kann für Treue stehen. Bellini und seine Mitarbeiter malten solche halbfigurigen Bilder teils auf Vorrat, ohne konkreten Auftrag. Offenbar wurde hier auf Vorlagen zurückgegriffen, die die Heiligen ursprünglich ganz figurig gezeigt hatten. Man rückt sie nah zusammen und erzeugt mit der Marmorbrüstung vorne eine Schwelle, die den halbfigurigen Ausschnitt sozusagen begründete. Schon war der beliebte und nachgefragte Bildtyp der halbfigurigen Maria mit Kind und Heiligen fertig. Musik 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 Musik